und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Röntgen von Pick the Town Red und wir sind im LAPD Headquarter. Ja, heute sind die Cops dran. Heute bekommen die Cops 1 vor die Nuss. So einer wie du hier. Genau so einer. Täschchen. Morgen Jungs. Das darf ich mir doch mal nehmen, oder? Was ist denn hier los? Ach, der Klassiker. Der Klassiker. Großraumbürodrucker. Funktioniert nie. So, die Damen, die Herren. Ich gehe mal zu den Herren. Schönen guten Tag. Was macht ihr Schönes? Lass mich mal durch. Aber ist das Schild nicht groß genug für dich? Hier ist Rauchen verboten. Meine Güte. Wups. Ich muss hier mal durch. Nicht einkesseln. Ja, nicht einkesseln. Schön von hinten erwischt. Uh. Thanks a lot. Wollte mich ein bisschen umsehen, aber die Waffe kam auf mich zu. Hat da einer geschossen? Hat da einer geschossen? Mal weg. Da hat doch einer geschossen. Ich nehme mal die kaputte Flasche. So, nehme mal das hier. Und ramm dem die kaputte Flasche rein. Eine Flasche für die Flasche. Hier nehme ich mal die Flasche. Was ist die einer? Was ist die einer? Um, der wächst ein Tritt. Oh. Hier kann einer schießen. Danke, die nehme ich mal. Da kann einfach einer schießen. So, jetzt habe ich keine Energie mehr. So. Peng, 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 peng. Meine Güte, du hältst aber was aus. Oh, erste Hilfe. Bitte einmal. Na. Boom. Von hinten erwischt. Dein Gesicht. In dein Gesicht. So. Bam. Von hinten. Schön ins Pissoir rein. Das ist lecker. Bam. Stehst du noch mal auf? Stehst du noch mal auf? Ich muss das sagen. Wenn ihr noch mal aufstehen könnt, ne? So sind die Spielregeln. Ich habe die Spielregeln nicht gemacht. Kommt hier irgendwo rein? Ne, ja. Oh. Schön geblockt. Die Sau. Das ist ein Baby. Das Baby. Das Baby. Nicht beim Baby. Das wird verstört. Das Leben. So. Die hab ich erwischt. Bam. Bam. Au. Boah. Taser. So. Hey. Reck dich ab, Junge. Reck dich ab. Das ist ja noch so ein Riese. Das sind einfach mal überall nur Riesen hier. Ist die auf eine Waffe oder so? Der hört ihr schrubbt hier im Boden. Dann alles nicht prügeln. Schrubbt hier am Boden. Da ist die Riesenfrau sozusagen. Okay. Woopsala. Darf doch mal nach oben, oder? Ich darf hier nochmal durch. Thanks a lot. Oh, ein Kamm. Eine äußerst mächtige Waffe, der Kamm. So erwischt. Dein Gesicht. Und der Schläger. Oder sagt der Knüppel. Donald Cross. Das gilt nicht für mich. Bumm. 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 Anmericht. Jetzt haben wir hier den Sturm. Sehr schön. Ich nehme mal die erste Hilfe, okay? Wenn ich sie dann mal bekommen dürfte. Danke schön. So, was gibt's jetzt hier hinten noch? Hier prügeln sich zwei. Ist ja nice! Darf ich mal? In dein Gesicht! So! Ein roter Schlüssel. Nein, nein, nein. Hotte Pistole. Schön in euer Gesicht rein. Wollen wir noch welche? Ich gehe mal hier lang. Roter Schlüssel. Okay. Ich verfehle die alle. Ich verfehle die einfach alle. Schön in den Kopf geschossen. Dein Gesicht, dein Gesicht. Nette Afro-Umäne. So, ist hier oben noch. Lass mich doch veralbern, oder? Wir stehen ja alle wieder auf. So. Ja, ich gehe mal hier vorne wieder runter. So. Ey, der liegt schon am Boden. Der liegt schon am Boden, also. Jetzt liegt er nicht mal am Boden. Jetzt ist er am Ziel. Ey, der hält was aus, der Junge. Der hält was aus. Lass mich mal hier durch. So, wo geht's hier lang? Pulling. Okay. Oh, da sind ein paar Jungs drin. Die haben mich freilassen. Evidence. Nice. Ha, 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 ha. Schön. In deinem Gesicht. Du hast gar kein Gesicht mehr. Der hat einfach kein Gesicht mehr. So. Oh, da ist das Rote Schloss. Schön. Was gibt's denn hier? Waffen, Kummer. Jetzt geht's rund. Nice. 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 Immer schön in die Gesichter rein. Oh, die Waffen aus der Waffen kann man halt auch nichts mehr aus, ne? So. Ja, tut noch so. Ja, er tut nur so. Ähm. Da hinten sind noch ein paar. Komm nicht hier. Ja, hier kommt schon an der anderen Seite rein. Okay. Gut. Was haben wir denn hier? Fein ist schön. Weg mit dir. So, weg mit dir. Was mit dir? Dann kommst du zur Waffenkammer und hast du eine kaputte Flasche dabei? Irgendwie hast du einen Fehler gemacht. Fehler beim Denken. So. Geh mal runter. Tschüssi. Geh mal zur Waffenkammer zurück. Hier gibt's bestimmt noch was Geiles zum Ballern. Oh, ja. Ach, ihr seid frei. Schön. Bedient ihr euch hier einfach? Nö. Kann ich nicht zulassen. Das ist alles meins. Weg mit dir. Weg mit dir. Kann ich zulassen, dass ihr euch einfach die Waffen nehmt. Gibt's hier noch eine Pistole oder so? Nein. Nö. Use some Taser. Okay. In dein Gesicht. In dein Gesicht. Und deins. Habt ihr noch einer? So, erwischt. Die sind also frei. Die durften eigentlich hier niemanden mehr haben. So, erwischt. Boom. Von hinten. So, was gibt's noch Schönes in der Waffenkammer? Ich will nicht so einen normalen Schläger. Ich will was Außergewöhnliches. Das ist nochmal ein Taser. Die anderen Schränke sind wohl leer. Oh. Weg mit dir. Weg mit dir. Dein Gesicht, Lady. Autsch. Tut dir richtig weh. Ups. Die sammeln sich hier. Die sammeln sich hier leider. Sind doch irgendwie Waffen, die hier rumliegen. Die vermöbeln sich. Oh, yes. Oh, yes. Super nice. Super nice. Weg mit dir. Da kommen ein paar. Die kommen nur wegen mir. Lass das richtig schon am Boden. Gehen wir mal außen rum. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Eine Flasche. Eine Flasche. Eine Flasche für die Flasche. Erwischt. Okay. Was gibt's hier hinten? Erste Hilfe gibt's hier. Das ist sehr gut. Für dich. 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 In dein Gesicht. In dein Gesicht. In dein Gesicht. So, jetzt mal eine Flasche. Aber gibt's hier noch was anderes Gutes? Gibt's noch einen Knüppel? Der steht wieder auf. Der steht wieder auf. Der steht wieder auf. Du stehst nicht wieder auf. In dein Gesicht. So, wir gucken mal, ob da vorne noch einer steht. Ja, da prügeln sich zwei. Und bam. Schön von hinten. Oh, das sind die letzten neun. Die letzten acht, wollte ich sagen. Ja, ihr könnt euch mal weiter prügeln. Ich guck mich mal ein bisschen um. Ihr dritt jetzt doch bestimmt die geile... Naja. Ist keine geile Waffe, aber es ist eine Waffe. Bumm. 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 Sehr schön. Uh, Messer. Nice. Wieder einer auf? Nein? So. Oh, ist ganz ruhig geworden. Mit dem Moment geht die Musik wieder los. Bumm. Bumm. Schön. Komm ich auch rein? Der Unterrichtsraum. Hier schon drin? Okay. Hier gibt's noch einmal Heilung. In den Fall der Fälle. So, ich muss mal euch hier ausschalten Schön erstmal den Großen So, du bist noch gar nicht hin Erzähle nicht, du bist noch nicht hin Jetzt wissen wir beide, du stehst wieder auf Hab ich es nicht gesagt Jetzt bist du hin So, es sind noch drei, drei sind noch unterwegs Wo könnten die sein Oh, ist jetzt offen Ah ja So Wo sind sie nur? Hier oben? Bestimmt oben Und die, die sich hinten am Treppenhaus geprügelt haben Mal schauen Ja, hier höre ich Geräusche Hier höre ich Geräusche Aber wo? So Mal zurück Gehe ich hier irgendwo eine Waffe raus? Hier, das Ding So Haben wir hier noch eine passende Waffe Bei denen der nur am Boden liegt Ein Stuhl Ich verprügel dich mit dem Ding Bitteschön Oh, eine schutzlichere Weste Aber die kann ich nicht anziehen So, hier ist wirklich nichts mehr Ich hätte irgendwie mit einer Pistole gerechnet Aber es gab nicht schon genug Pistolen Hier gibt es noch die Knüppel Ja Oh, und eine angespitzte Zahndürste Die hätte ich mal nutzen sollen Gut, aber wir haben es geschafft L.A. ist wieder sicher Dank mir Ich habe alle korrupten Cops Einfach mal vorprügelt Man kann das jetzt sehen Wie man es sehen will So, und dann würde ich sagen Hier gehe ich mal raus, ne? Gut, und damit danke ich vielmals fürs Zuschauen Auf Piederschauen Reingauen Tüdelö